Erkenne ich meine Kinder an ihren Zeichnungen? Das ist schon mal ein Auge, das erkenne ich. Ähm, Peline. Falsch. Das ist Noelle, das Männchen. Richtig. Yes. Ah, ein Regenbogen. Würde ich einem Mädchen zuordnen? Und in dem Falle Mirek. Richtig. Jaaa! Ist das eine Zigarette mit Masern? Ah, eine Ritterburg ist das. Also irgendwie so ein Ritter. Nilo. Falsch. Zwei von vieren, richtig.